Verehrtes Publikum von Easy German, wir sind heute zurück in Berlin in der Hauptstadt und wir sind heute mit Philipp unterwegs. Hi. Philipp ist Kinderbuchautor und er wird sich heute auf die Suche begeben nach interessanten Kindheitsgeschichten. Wie machst du das? In der Kindheit ist alles noch in Ordnung. Da sind die Menschen noch in der Welt des Seelenheils und ich werde versuchen, sie dahin zurückzulotsen und dann herauszufinden, was der größte Quatsch war, den sie je angestellt haben. Darauf freuen wir uns und wir freuen uns auch schon auf die Geschichten, die dabei rauskommen werden. Los geht's! Der größte Quatsch. Um Gottes Willen. Meine Kinder sind dabei. Normalerweise müssen die erst weggehen. Die müssen sich jetzt die Ohren zuhalten. Der größte Quatsch war glaube ich bei meinem Elternhaus oben auf dem Boden, mit dem Rät daraus Feuer zu machen. Ich habe mal mit Pfeil und Bogen den Pool von meinen Nachbarn kaputt geschossen. Der größte Quatsch in meiner Kindheit, in der Schulzeit, ein Feuerlöschler hochgehen lassen. Und der ganze Klassenraum war weiß, ja. Wow. Das war eigentlich immer auf unseren Klassen vorhanden. Da haben wir immer sehr, sehr, sehr viel Scheiße gebaut. Ist aber nichts passiert. Wir hatten einmal Wasser hingestellt. Wir waren zehn Jahre alt, glaube ich. Zehn oder elf. Mein Bruder und ich und mein Cousin. Und wir haben ein kleines Feuer hingemacht, haben uns aber einmal Wasser hingestellt. Und dann fing es auf einmal an und haben Panik bekommen. Und ich glaube, mein Bruder hat dann Wasser einmal rübergegossen. Natürlich alles war qualmt und dann sind wir abgehauen erst mal. Was haben Sie angestellt? Naja, wir haben in der Schule die Toilette auseinandergenommen. Das wird ja immer wilder. Die Toilette auseinandergenommen. Und dann stand alles unter Wasser? Ja, ja. Während eines Klassenfestes, ja. Vor diesen Leuten muss man sich in Acht nehmen. Dankeschön. Wir haben hier unter den Linden Party gemacht und getanzt. Und da kam die Polizei und hat uns mitgenommen. Damals zu DDR-Zeiten. Bin ich in meiner Kindheit? Oh, das kann ich von meinem Kind aber gar nicht sagen. Warte mal. Warte mal. Halt du dir mal kurz die Ohren zu. Rentschner schießen. Nee, muss ich mal kurz überlegen. Rentschner schießen. Nee. Was war der größte Schaden? Der Schaden war ein kaputtes Auto. Was ist da passiert? Ja, da möchte ich nicht darüber sprechen. Gut, danke. Nee, wir hatten mein Auto angehoben. Die waren ja leichter damals. Zu viert. In den Vorgarten gestellt. Und dann eben natürlich getürmt. Und wie der rauskam, stand sein Auto im Vorgarten. War ja nur so hoch. Halben Meter hoch. Zu viert, zu fünft. Da haben wir es geschafft. War ein kleiner Trabant. Ja, nur. Der war ja nicht so schwer. Der größte Quatsch war, dass ich auf einem selbstgebauten Floß gefahren bin und hatte eine schöne neue Digitaluhr damals und bin ins Wasser gefallen. Oh je. Und das war so eine mit Taschenrechner. Kennt ihr die noch? Ja, ja, die guten. Und dann bin ich ins Wasser gefallen und das Wichtigste war, dass ich den Arm oben gehalten habe. Die ganzen Klamotten war, das war eigentlich der größte Quatsch, der mir jetzt so einfällt, den ich vor ihm erzählen kann. Und die Frage ist, was war der größte Quatsch, den Sie in Ihrer Kindheit je angestellt haben? Mein Vorname ist Alzheimer. Genau, was war gestern Abend? Ja, meine Jungs. Betten kaputt gemacht oder... Ach ja. Das war die andere Klasse. Oder die ganze Zeit schon um 0 Uhr oder 1 Uhr nachts noch durch den ganzen Hof gelaufen und die ganzen Leute noch geweckt. Alles Mögliche halt. Gut, wir haben mal in einer kleinen Stadt, in der ich gelebt habe, die Straße nachts mit Farbe angemalt. Philipp. Kari. Macht es dir Spaß bisher? Die Leute sind irre. Je mehr ich hier zu hören bekomme, desto mehr Angst habe ich. Die sagen zwar alle, sie machen das heute nicht mehr, aber dann haben die immer so ein komisches Zucken um die Mundwinkel oder... Ja, ja. Ich glaube, Deutschland ist gar nicht so brav. Hast du schon Quatsch angestellt? Ja. Irgendwas, was du vor deinem Vater erzählen kannst? Soll ich mal weggehen? Nein, brauchst du nicht. Ah, mit meiner Mutter mal und meiner Freundin einen Klingelstreich... Nee, ich und meine Freundin, wir haben bei meiner Mutter einen Klingelstreich gemacht. Und irgendwann kamen meine Eltern nach Hause und haben das gerochen natürlich. Wir haben aber keinen Arsch voll bekommen. Glück gehabt. Also wir haben einen großen Mecker bekommen, aber keinen Arsch voll. Das war, glaube ich, das Schlimmste, was ich gemacht habe. Was war der größte Quatsch, den Sie je in Ihrer Kindheit angestellt haben? Darf ich auch? Klar, du darfst auch erzählen. Ähm, äh... Was war der größte Quatsch, den du je gemacht hast? Mit meinem Fahrrad oder mit meinem Freund? Ach, ich bin mit meinem Freund einfach so zu einem Laden gefahren. Und das durften wir gar nicht und... Mit dem Fahrrad, ne? Ja, mit dem Fahrrad und dann... Du bist quasi weggelaufen. Ja. Und dann habe ich richtig Ärger bekommen. Das kann ich gut verstehen. Und Sie? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich bin ein Mädchen, ich war zu brav. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt am Ende unserer Episode angekommen. Philipp, hat es dir Spaß gemacht? Ja. Hast du schon eine Inspiration für dein nächstes Buch gefunden? Verrückte Menschen, ja. Definitiv. Wird das Quatsch heißen? So in der Art. Sehr cool. Wir freuen uns schon auf das Buch. Und du hast jetzt auch ein paar Bücher mitgebracht. Mit deinen Büchern, äh... Unsere Zuschauer, die lernen ja Sprachen. Kann man mit deinen Büchern auch eine Sprache lernen? Das geht ganz fantastisch. Es gibt kostenlos als PDF dieses Buch auf Deutsch, Englisch, Französisch. Das hier gibt es auf Deutsch, Englisch, Französisch, noch mehr Sprachen. Dieses gibt es sogar in über 100 Sprachkombinationen mit Deutsch, Russisch, Maori, die verrücktesten Sprachen, Sprachen, von denen ich noch nie gehört habe, Amharisch und wilde Sachen. Schaut euch das an auf meiner Website als E-Book für 99 Cent. Wir verlosen auch für euch, wenn ihr interessiert seid, dieses Buch, dieses Buch, dieses Buch. Schreibt einfach Kari und die kümmert sich darum. So läuft das, genau. Aber du bist tatsächlich spezialisiert auf Bücher, Kinderbücher in verschiedenen zweisprachigen Kombinationen. Ja, das hat sich entwickelt. Im letzten Jahr habe ich da ein sehr großes Projekt gemacht, weil das mir ein Anliegen war. Ich bin mit drei Sprachen früher groß geworden. Meine Oma hat Plattdeutsch gesprochen. Meine andere Oma hat Italienisch gesprochen. Das ist sehr cool. Diese drei Bücher hier, die verlosen wir an euch. Und ihr müsst einfach nur eine Sache tun. Ihr müsst uns eine E-Mail schreiben an info at easylanguages.org. Wird auch hier eingeblendet. Und sagt uns, warum ihr dieses Buch haben möchtet. Und dann ist es vielleicht demnächst schon eures. Herzlichen Glückwunsch. Super. Wir freuen uns super, dass du mitgemacht hast. Wir hoffen, dass du nochmal wiederkommst. Vielen Dank für die Einladung. Das wäre echt toll. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mehr Easy German gucken wollt und mehr Deutsch lernen möchtet, dann subscribt unseren Channel youtube.com. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.